Ich war skeptisch. Hi Kitties und willkommen zurück auf dem Kanal. Ich bin Misha. Ich freue mich, dass wir heute mit am Start sein. Heute testen wir die nagelneuen Produkte von Catrice aus, denn sie haben ein neues Sortiments-Update rausgebracht. Wir warten immer das ganze Jahr darauf, beziehungsweise jedes halbe Jahr drauf. Und ja, ich habe die Produkte hier. Ich habe nicht nur mir einige Produkte geholt, sondern auch welche für euch. Das heißt, in diesem Video gibt es auch ein Gewinnspiel. Und was ihr gewinnen könnt und wir gewinnen können, klären wir danach. Außerdem, bevor wir anfangen, wollte ich sagen, falls du auf dem Kanal sein solltest und noch kein Abonnent bist, würde ich mich freuen, wenn du das ändern würdest. Ich freue mich über deinen Support und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. So, starten wir mit Primer. Da habe ich den One-Step Skin Perfector. Der kann ziemlich viel. Der pflegt eure Haut, gibt euch Feuchtigkeit. Er hat Vitamin C dabei und sogar noch einen Sonnenschutz, was ich echt mega cool finde. Okay, der sieht sehr interessant aus. Also, der ist so weißlich mit schwarzen kleinen Pünktchen. Sieht aus wie so Stracciatella-Ei. Oh, der riecht richtig geil. Das riecht nach Vanille-Extrakt. Richtig nice. Ich liebe Vanille. Also, der Primer ist wirklich mega reichhaltig. Es fühlt sich an, als hätte ich wirklich eine Sonncreme draufgeklatscht vom feinsten. Und zwar mit einem Lichtsozaktor von 50 und nicht mit 20. Real Talk 20 wäre mir auch, ehrlich gesagt, zu wenig. Da benutze ich wirklich lieber eine 50er Sonncreme. Aber ansonsten ein schöner Glow. Gibt euch Feuchtigkeit. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass mein Gesicht gepflegt ist. Deswegen, ja. First Impression. Das Produkt hält, was es verspricht. Finde ich schon mal sehr nice. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit Foundation. Und zwar hat Catrice eine neue Foundation rausgebracht. Aus der Cleat ID-Reihe. Und die sieht fürs Erste auch sehr nice aus vom Packaging. Das ist eine High Cover Luminous Matte Foundation. Und zwar eine vegane Foundation. Und ja, der Titel der Foundation ist sehr interessant. Denn sie ist irgendwie beides. Luminous und matt. Ja, ja. Ich bin sehr gespannt, wie die gleich auf meinem Gesicht performen wird. Ansonsten können wir kurz über die Farbrange reden. Ich meine, ich habe jetzt die hellste Farbe. Das ist 004. Und ich glaube, es gibt insgesamt drei Farben von dieser Foundation. Das ist ein bisschen wenig. Also, ich weiß nicht. Ich bin eher so freundlich. Man hat irgendwie als Unternehmen oder als Brand zwei Foundations oder so. Und hat da ganz viele Farbranges, als irgendwie fünf oder sechs Foundations auf den Markt zu bringen. Und immer irgendwie gefühlt zwischen drei und zehn Farben zu haben. Nenne ich mir so, konzentriert euch mal ein bisschen mehr auf die Farben. Dankeschön. Außerdem hat die keine Silikone, kein Mikroplastik, keine Parabene oder irgendwelche Mineralöle. Was ich auch sehr nice finde. Ich hoffe, ich hoffe, die funktioniert. Dann ist es echt nice. Oh, ich glaube, die können zu dunkel sein. Äh, okay. Die Foundation ist viel zu dunkel und viel zu gelb. An dieser Stelle sind die Silikone. Ganz herzlich grüßen, ne? Okay. Ähm, das ist ein Luminous Matte Foundation. Ich würde mal sagen, äh, Matte ist hier Sparmenü und Luminous ist hier XXL on the top, würde ich mal behaupten. Es kann auch sein, dass mit einem Primer das noch krass luminöser ist. Also, es ist sehr heftig, wirklich. Ich fühle mich wie eine Sonne. Gelb und strahlend. Mein Gesicht. Die Foundation ist viel zu dunkel, darüber müssen wir gar nicht reden. Ihr könnt es an meinem Hals sehen. Das ist Feelings 2007. Komm zurück. Die Vibe mit den orangenen Gesichtern auf der Straße. Love it. Aber ich finde, die sitzt mega schön auf meiner Haut. Ich finde, die fühlt sich leicht schwer an. Das ist so, an manchen Stellen von meinem Gesicht, finde ich, ist die schwer und an manchen nicht. Also, das ist so ein ganz komisches Gefühl gerade. Aber, wenn die irgendwie drei Gänge weniger glowy, dann würde sie mir deutlich besser gefallen. Also, von der Farbe abgesehen. Wir pudern gleich noch das Ganze ab und gucken, ob das dann besser wird. Aber, bevor wir abpudern, kommen wir noch zu Concealer. Aus derselben Reihe ist auch ein Concealer entstanden. Und zwar der Clean ID High Cover Concealer. Dieser Concealer ist fragrance-free. Hat keine Silikone, kein Mikroplastik und ist auch vegan. Finde ich auch sehr nice. Den habe ich einmal in der Farbe 004. Boah, wie dunkel ist die Foundation. Leck, oh mio. Concealer ist einmal verblendet und zu dem kann ich nicht wirklich viel sagen. Also, ich habe das Gefühl, der hat gerade nichts gemacht. Also, er ist irgendwie noch da. Nicht wie bei dem Essence Concealer. Der war ja weg und hat alles mitgenommen gefühlt, da wo ich ihn aufgetragen habe. Er ist schon irgendwie da. Hat aber nichts gemacht. Er hat nicht irgendwie aufgehellt. Hat irgendwie eine krassere Deckkraft gegeben. Sonst irgendwas. Also, den muss ich nochmal im Einzelnen mir anschauen. Ich glaube, die Foundation ist gerade ein bisschen zu dominant auf meinem Gesicht. So, kommen wir jetzt zum Abpudern. Und ich hoffe, dieses Puder nimmt mir ein bisschen Glow weg. Ich hoffe es wirklich. Ich hoffe es. Und zwar von der True Skin Reihe hat Catrice ein Puder rausgebracht. Und zwar das Mineral Loose Powder Hyaluronic Exit transparent und matt. Mal gucken, wie mein Gesicht gleich aussehen wird. Aber das Puder finde ich von Packaging auch mega cute. Vor allem, ich finde, das Puder sieht ziemlich rosé-stichig aus. Und die Foundation sind so gelb ausgelegt. Aber soll ja transparent sein. Mal gucken, ob es wirklich so transparent ist. Also, ich habe demletzt so meine Leidenschaft für lose Puder entdeckt durch das Elf Puder. Das ist so ein gutes Puder. A Real Talk. Ich finde das ziemlich dunkel für ein transparentes Puder. Also, okay, das Puder sieht doch ziemlich gut aus farblich. So, und dann trage ich den Rest mit dem Pinsel noch auf. Ich war skeptisch. Aber ich bin positiv überrascht. Ich finde das Puder mega geil. Es hat wunderschön abmattiert. Es sieht sehr natürlich aus. Es ist nicht dieses unschöne Glowy oder dieses unschöne Matte, sondern wirklich so perfekt. Wie gesagt, das ist eine First Impression. Ich werde das Puder noch mit meinen anderen Foundation austesten. Vor allem Foundation, die mir farblich passen, um zu gucken, ob es wirklich so transparent ist. Aber fürs Erste bin ich sehr happy mit dem Puder. Soweit ich weiß, hat Katrice keinen Bronzer. Deswegen habe ich das einmal auf Kamera gemacht. Und wir machen weiter mit Blush. Da habe ich einmal den Cheek Lover Oil Infused Blush. Und es gab nur einen einzigen Blush. Und zwar den 010 Blooming Hibisco. Und farblich erinnert er mich sehr krass an den Blush von Milani de Luminoso. Ich habe jetzt einmal den Milani Blush. Und ich finde so fürs Erste sehen die wirklich sich sehr ähnlich. Aber beim Swatch, finde ich, sehen die sich gar nicht so ähnlich. Also von der Textur her, ja. Die haben auch beide diesen wunderschönen goldenen Glow mit drin. Aber der von Katrice ist so ein bisschen rosastichiger. Und der von Milani ist eher so ein Korallton. Aber ich finde es echt geil, dass die beide so ein ähnliches Finish haben, aber nicht dieselbe Farbe haben. Mega nice. Real talk, ich liebe die Blushes von Katrice. Ich finde, das ist auch wieder ein richtig, richtig schöner Blush. Der hat einen wunderschönen Glow. Der hat eine mega schöne Farbe. Und den kann man auch aufbauen. So, bevor wir mit dem Augenraum weitermachen, würde ich noch mein Gesicht einmal fixieren. Und da hat Katrice ein neues Fixing Spray rausgebracht. Und zwar das Multi Proposed Makeup Fixing Spray. In diesem Spray ist Kokoswasser drin, es mattiert, es soll euch Feuchtigkeit zurückgeben und es soll euch refreshen. Steht hier nicht nette Feigen drauf? Also ich weiß, ich bin echt schlecht in Englisch, aber das verstehe ich noch. Also ich finde, der hat mir einen ziemlich intensen Glow wieder zurückgegeben. Also ich finde jetzt nicht so krass wie die Foundation. Die Foundation hat ja alles rausgerissen komplett. Es ist wieder ein bisschen intensiver, aber ich finde, es ist noch ein schöner Glow. So, ja, lassen wir es so stehen. Dann hat Katrice auch irgendwann Produkte rausgebracht. Und zwar mega viele. Ich konnte mich fast gar nicht entscheiden. Aber ich habe eine Sache gesehen, die ich unbedingt austesten wollte. Und zwar eine Seife. Und zwar den Brow Fix Soap Stylus. Wir haben das alle mitbekommen. Soap Brows sind total im Trend. Und ich dachte, okay, let's try. Dafür nehme ich einmal einen Spoolie und das Fixing Spray. Und fange ich das an. Und noch so ein kleiner Spoiler dran. Ich bin jetzt nicht die Soap Brow Maus. Ich finde den Trend ganz cool. Und ich will mich so ein bisschen da anpirschen. Aber ich bin eher diese Sharp Brow Anastasia lässt grüßen Maus. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin da irgendwie noch extrem hängen geblieben. Oh, das funktioniert voll gut. Okay, ich habe jetzt die hochgecampt. Und jetzt... So, meine Augenbrauen habe ich hier sehr nichts fixiert. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Hier habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel Produkt genommen. Auf jeden Fall funktioniert das. Finde ich sehr nice. Ich glaube, das kostet nur 3 oder 4 Euro. Und dafür kann ich wirklich gar nicht rummeckern. Ich würde das Ganze aber noch auf Kamera ein bisschen auffüllen. Weil, ja, das ist mir hier ein bisschen zu weißricht geworden. Auf, dann sind ready. Machen wir weiter mit Lidschatten. Und da hat Catrice zwei Paletten rausgebracht. Und hier habe ich eine der beiden. Und zwar von der Pro Slim Eyeshadow Reihe. Die Lavender Breeze Palette. Ich starte mit einem Blendepinsel und gehe in die Farbe Delicate. Und die trage ich einmal in meiner Lidfalte auf. Und die Farbe hat mega viel Kickback. Dann nehme ich einen mittleren Blendepinsel und gehe in die Farbe Elegant. Elegant? Englisch ist nicht meine Stärke. Die trage ich auch in meiner Lidfalte auf. Die Farbe hat auch mega viel Kickback. Ich kann euch das mal in der Kamera zeigen. Dann nehme ich einen dickeren Smudger Brush und gehe in die Farbe Georges. Und die trage ich mir auf mein bewegliches Lid einmal auf. Und ich habe hier auch ein bisschen Fallout bekommen. Dann nehme ich einen kleineren Blendepinsel und gehe in die Farbe Lover. Und die trage ich hier zu Beginn meiner Lidfalte einmal auf. Ich muss sagen, das Kickback und das Fallout finde ich schon echt extrem ein bisschen in der Palette. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Aber für die, die das wirklich ganz furchtbar finden, Ihr habt hier sehr viel davon in der Palette mit drin. So, mit meinen Fingern gehe ich in die Farbe Lilac. Und die trage ich auf mein bewegliches Lid einmal auf. Wie gesagt, Fallout findet die hier zu Genüge. So, mit meinen Fingern gehe ich noch in die Farbe Dazzling. Die sieht mega interessant aus. Die schaut einmal so aus, so ein bisschen Icy Lavendel. Und die trage ich auch nochmal hier oben drüber auf. So, und die Farbe Lovers trage ich noch unter meinem unteren Wimpernkranz auf. Und mit einem kleinen, präzisen Blendepinsel gehe ich noch in die Farbe Cutten. Und den trage ich einmal in meinem Innenwinkel auf. Ja, sieht auf jeden Fall echt hübsch aus. So, mit dem Look wären wir einmal fertig. Ich konnte sehr schön mit den Farben arbeiten. Ich konnte die sehr schön verblenden. Ich finde die auch ein bisschen softer. Perfekt für den Frühling, perfekt für Einsteiger. Wenn ihr was Krasses sucht, ist es vielleicht nicht eure Palette, aber für so einen Hauch von mega schön. Diese Palette hat extrem viel Fallout und Kickback. Falls euch das extrem stört, würde ich euch raten, da die Finger wegzulassen. Es ist ein bisschen... Ja, ein bisschen nervig auf Dauer. Aber im Großen und Ganzen finde ich, hat die Palette eine tolle Preisleistung. Dann hat Katrice ihre Glam and Doll Reihe erweitert um diese zwei Produkte hier. Einmal eine Mascara, was ganz normal ist bei der Glam and Doll Reihe. Aber auch noch ein Eyeliner. Das ist neu. Ich bin super hype drauf. Ich bin gespannt, wie das performt. Wir starten einmal mit dem Eyeliner. Das ist einmal der Glam and Doll Easy Wash of Powerhole Eyeliner. Das heißt, er soll super krass halten. Wiederum aber ziemlich leicht abgehen. Da bin ich jetzt gespannt. Vor allem mein Auge tränen. Und das ist so gerade der Härtetest für den Eyeliner. Okay, ich liebe diesen Applikator. Der ist wirklich Bombe. Ich konnte so präzise ein Eyeliner ziehen. Das war super angenehm. Leider verschmiert er ein bisschen. Also da, wo eben mein Auge tränen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich diesen Eyeliner im Alltag benutzen würde. Aber er ist auf jeden Fall sehr schön und erfüllt sein Job. Und passend dazu gibt es ja die Mascara. Und zwar die Glam and Doll Easy Wash of Powerhole Volume Mascara. Aber ich finde, die Produkte widersprechen sich hier ein bisschen. Also dieses Matte and Luminous und hier dieses Powerhole, aber Easy Wash of. Ich weiß nicht, das hat irgendwie was. Ja, und ich persönlich, ich habe mal eine Glam and Doll ausgetestet. Ich fand die ganz okay. War jetzt aber nicht meine Favorite Mascara. Mal gucken, wie ich die so finde. Ja, also ich finde die Mascara ganz okay. Sie haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt weiter benutzen. Ich finde, die verklebt ziemlich krass die Wimpern. Und ja, ist irgendwie nicht so ganz meint. Sie ist okay. Ich finde, sie hält keinen Schwung. Ich, ja, ist nicht so meint. Außerdem zum Eyeliner. Können wir kurz drüber reden, was hier passiert. Finde ich auch schade, dass da auch hier vorne so extrem verläuft. Also hier hinten, verstehe ich, ist okay, mein Auge tränt. Aber hier vorne, das ist auch super nervig. Also für die, die ein Foxy Eye machen möchten mit dem, das funktioniert nicht. Ja, finde ich ein bisschen schade. Also sind Produkte, die okay sind. Die kann man benutzen. Ich würde die halt nicht im Alltag benutzen. Ich würde ganz schön auf Kümmer gehen und diese Seite hier einmal fertig schminken. Fake Lashes drauf und dann machen wir weiter mit den Lippen. So, I'm back. Machen wir weiter mit den Lippen. Da habe ich einen neuen Lippenstift von Catrice und zwar einen Demi-Matten-Lippenstift in der Farbe 130 Chocolate Kiss. Real Talk, ich liebe die Lippenstifte von Catrice. Die sind super angenehm. Die trocknen eure Lippen nicht aus. Ich finde auch die Farbe schön. Ich hoffe, dass mehr Nude-Farben bei Catrice so rauskommen, weil dann würde ich die Lippenstifte viel öfters benutzen. Aber das ist schon mal ein wunderschönes Braun. So, wir werden einmal mit den Produkten durch. Das war einmal das Update. Es gibt natürlich noch ein paar weitere Produkte. Es gab noch Glosses, es gab noch Lashes und so weiter und so fort. Ich habe jetzt das genommen, was mich interessiert hat. Ich finde, es gab jetzt keinen krassen Flop. Ich finde, die Produkte haben auf ihre Art und Weise alle irgendwie perform. Für mich persönlich waren ja auch ein paar Produkte mit dabei, die ich jetzt nicht unbedingt weiter benutzen würde, wo ich bessere Produkte habe oder im Alltag mich eher darauf verlassen kann. Natürlich habe ich auch ein paar Top-Produkte. Zum Beispiel liebe ich das Puder. Ich finde den Blush auch mega schön. Die Softbrow und auch den Lippenstift feiere ich extrem. Also die könnt ihr in Ruhe einmal anschauen. Alles andere ist in Ordnung, muss ich noch ein bisschen austesten oder ist eben Geschmackssache. Aber kommen wir zum Gewinnspiel, denn ich habe ja, wie gesagt, einige Sachen für euch auch geschaut. Und zwar einmal diese Palette hier. Das ist die Pro Slim Eyeshadow Peach Origin Palette. Die schaut von innen einmal so aus. Also ich nehme jetzt persönlich nicht die Folie ab, aber ich hoffe, ihr könnt so die Farben erkennen. Dann einmal die Softbrows. Ich glaube, das ist super ein Trend und viele möchten das gerne ausprobieren. Und dann könnt ihr noch ein Powerful 5 Lipgloss gewinnen. Ich persönlich habe auch einen in den Peach Ton und ich finde den auch mega geil. Und ihr müsst nicht viel tun, um diese Produkte zu gewinnen. Einmal ein Abonnent meines Kanals, denn natürlich geht dieses Gewinnspiel an meine Community. Diesem Video einen Daumen nach oben geben und etwas in die Kommentare schreiben. Ihr könnt reinschreiben, was ihr möchtet. Ihr könnt ein Emoji reinschreiben oder wie ihr mein Augenmake-up findet oder wie ihr die Produkte findet. Was ihr möchtet. Und ja, ansonsten bedanke ich mich, dass du heute mit am Start warst. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Kakao!